Chittungsberichte der Leibniz-Soziatet 13 im Jahre 1996 im Hause von Berlin-Brandenburgischer Akademie der Wissenschaften. Chong Yang Kim Leibniz und die chinesische Philosophie, die erste Berührung Chinas mit dem Christentum und zwar mit dem Christentum Nestorianischer Prägung, datiert aus dem Jahre 635 als unter der Regierung des Kaisers Taichung des ersten Herrschers der Tang-Dynastie. Der perisische Mönch A. Lopeng, missionierend in die damalige Hauptstadt Sik-Nan-Fu kam, im kaiserlichen Palast der Übersetzte Ehe ein Evangelium, vermutlich das des Markus, ins chinesische. In China gab es damals Konfuzianismus, Taoismus und Buddhismus als die drei bedeutendsten geistigen Strömungen. Neben ihnen wurde das nestorianische Christentum als leuchtende Lehre am kaiserlichen Hofe aufgenommen und von dem Feudaladel in ganz China akzeptiert. Kaiserliche Edikte festigten seine Position. Eine Gedenktafel vom Jahre 781 hielt diese Geschehnisse fest. Das nestorianische Monument entdeckte im Jahre 1628 der portugiesische Missionar Alvarez Semedo. Zwar verstand er die chinesische Schrift, nicht jedoch die alte jüdischen Personennamen. Er erklärte, der Text sei weder hebräisch noch griechisch. Im gleichen Jahre wurde der chinesische Inhalt auf portugiesische versiert und mit einem Abklatsch des Originaltextes nach Lissabon geschickt. Bald aus dem portugiesischen ins italienische übersetzt, gelangte die Information über Rom nach Paris zum jesuitischen Missionszentrum. Das Schriftdenkmal behandelte 1678 Adanasius Kirche in seiner Schrift China Illustrata in einer lateinischen Übersetzung. Voltaire bezeichnete den Text als eine von den China-Missionaren veranstaltete Fälschung. Auch andere Pariser Intellektuelle nahmen wie Voltaire das Dokument nicht für ernst. 1905 wurde die antike Bibliothek von Tonhuang an der Seidenstraße entdeckt. Der französische Pater Pellio legte daraufhin eine Dokumentation der chinesischen Testimonien in chinesischer Sprache vor. In diesem Zusammenhang rückte er auch das historische Dokument, das seither die Aufmerksamkeit der Forschung gefunden hat. Es gibt auch Übertragungen ins Deutsche. Die Schwierigkeit, es korrekt zu übersetzen, liegt darin, dass es nach speziellen grammatikalischen Regeln aufgezeichnet ist, nach denen Bindewörter, Präpositionen und Interfunktionen ausgelassen wurden. Überdies standen die Formulierungen des Textes unter dem Einfluss der Denkformen von Konfuzianismus, Taoismus und Buddhismus. Ohne Kenntnis der chinesischen Philosophie ist die Entschlüsselung des ohnehin grammatikalischen schwierigen Textes nahezu unmöglich. Behachtung verdient, dass das historianische Schriftdenkmal geradezu zu Leibnizerns Zeit wieder entdeckt wurde. Der Streit unter den katholischen Missionaren bezüglich des Gottesbegriffes in der chinesischen Philosophie hätte mit der Entdeckung des Textes von Sigmund Fu überflüssig werden können. Leibniz-Interpretation der chinesischen Philosophie kam dem Inhalt des historianischen Dokuments sehr nahe. Leibniz war mit nahe zu allen Schriften des von seiner Zeit aufkommenden Neokonfuzianismus vertraut. Leon Li war mit Pariser Pater Bouvet bekannt, einem mit dem Neokonfuzianismus vertrauten Theologen. Als erster chinesischer Wissenschaftler, der in der christlichen Theologie bewandert war, erklärte Leon Li den Jesuiten-Missionaren, dass sich die Konzeptionen Matthäuritschis von der leuchtenden Lehre der historianischen Schrift kaum unterschieden. Durch eine Rezension in einer leichtbüßigen Literaturzeitung wurde Leibniz 1691 auf den Reisebericht eines Gedannten von Tamalans Sohn Jacques Rook aufmerksam, welcher das Literaturdenkmal von Sigmund Fu gesehen haben wollte. Vergebens bemühte sich Leibniz in den Jahren 1692 und 1693 darum, aus Paris, Rom und Florenz eine Kopie des Textes zu erhalten, um die Echtheit des Dokuments zu erweisen und daraus den Schluss abzuleiten, dass die Chinesen schon vor der Jesuiten-Mission die historianische Dogmatik kannten. Wie über diese Bemühungen berichtete er in seiner Schrift »Novissima Sinica« von 1697. Am 18. Mai 1703 wandte sich Leibniz von Berlin aus in einem langen französischen Brief an Joachim Bouvet, in dem er sich hauptsächlich mit der Deutung der chinesischen Hexagramme für das Binärzahlensystem befasste. Als Postescriptum erwähnte er das Dokument vom Sigmund Fu, das ihm inzwischen durch die Publikation Pateri Kirches bekannt geworden war. Ein am 20. August 1705 aus Hannover an Claude de Vizdelou gerichtetes Schreiben lässt den Schluss zu, dass sich Leibniz detaillierte Kenntnisse der historianischen Kirchengeschichte Chinas und der Mongolei in der Epoche vor 781 erworben hatte. Diese Bemerkungen über Leibniz's Interesse an dem historianischen Monument lassen eine tiefgreifende Beschäftigung mit einem weltweiten Unionsgedanke erkennen. Im Vorwort seiner Schrift »Novissima Sinica« brachte er in übrigens aktueller Form zum Ausdruck, dass Gipfelpunkte der Kultur und Zivilisation der Menschheit an den beiden äußersten Enden des eurasiatischen Kontinents erreicht wurden. Mit der Gründung der »Sozietät der Wissenschaften« im Jahre 1700 suchte er von Berlin aus, die »China-Mission« zu erneuern. Diese seine Idee blieb bis heute aber unerfüllt. Danke.